Wir sitzen auf 3 ab. Absitzen, 1, 2, 3, go. Geht's aber gut, ne? Nein, wunderschön. Guten Tag. Guten Tag. Digga, was macht ihr hier, Alter? Wollt ihr in den Krieg, oder was? Ja, warte. Wir tragen vor allem alle den gleichen Baden. Digga, warte, Williams 1, Williams 2, Williams 3, Alter, was macht ihr, Junge? Wer ist hier der richtige Williams? Ja, rate mal. Allein noch. Drei Mal rassen, raten wir uns. Drei Mal rassen wir uns. Oh mein Gott. Was habt ihr gemacht? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Denn er hat sein Outfit gespeichert und hat sich gekocht runtergesetzt. Da ist er doch, der Williams. Ich bin hier, du game. Hier. 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 Ja, ich bin hier. Hier. Hier sofort. Hier drüben. Also ich bin hier, ich bin Danny. Was kannst du? Was können sie, Horst, der ist der Depp? Was kannst du? Was kannst du? Ist das Original. Was seid ihr hier mit euren Korruptionscranger hier unterwegs? Ja. Wo ich die Blaulichter eigentlich erfahren. Sollte man da fünf sind und keine drei. Oder mir. Da ist ein bisschen was zu bieten dran. Die sollte ich eigentlich erfahren. Ah, und hier ist auch Frau Williams, oder wie? Nee. Ich bin hier immer noch. Ach so. Ich kann das nicht. Du hast hier keinen Bart wachsen lassen. Ich kann das nicht. Der Bart ist ein Mois. Doch, du kannst zum Maskenladen gehen und dir den Bart holen. Wir müssen einen Bus bauen. Wir müssen einen Bus bauen machen, Leute. Jetzt können wir doch noch eine Tanzanlage auf einer Linie machen, ne? Ja gut, das ist auch mal ein Dienst auf einem anderen Level, ne? Wir haben noch ein ganz anderes Level. Oh! Oh! Oh mein Gott! Einmal, einmal, ne Linie bilden. Bits. Welche Linie? Bits. Die roten da. Das ist keine Linie, ne? Ja, ihr habt's hoffentlich genug hier in der Linie. Das war so. Dann drei. Dann sieben. Schaut einfach von der Seite rein, da werdet ihr wohl ne Linie hinbekommen. Ok, warte. Jetzt errate ich hier, wer Williams ist. Du auf jeden Fall nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. was kannst du erzählen hier ist naja kann man die klappe arschloch das steht da steht da so schließt mal die reihe auf hier die reihe es ist mir ein neuer chief oder wie du musst dir auch mal was halten ja wenn ich nicht salutieren dann nicht salutieren wir mal richtig mit hallo ich bin es nicht mit dem salutieren Ich muss deine Echalotieren. Ah, Perfekt. Ja, Perfekt. Francesco kommt da doch. Richtig hinstellen. Ja, sind alle ready? Ja, alle richtig hinstellen. 1, 2, 3. Da hat wieder einer gepennt. Oh mein Gott. Noch mal von vorne, Jungs? Von vorne. Das ist Williams sogar gewesen. Also Danny. Tommy, hör auf zu tanzen. Stell dich jetzt richtig hin, bitte. Hallo. Tommy. Danny. Ok. Habt ihr wieder alles? Ja. 1, 2, 3. Tommi. Na ja. Ne, wir tanzen jetzt weiter. Mir reicht's jetzt. Ja, ich kann das zeigen. Ne. Wir müssen nochmal nochmal. Alle guten Dinge sind 3, ne? Ja, ok. So, für alle jetzt. Dance. 4, 7. Wer das jetzt nicht macht, der wird gekündigt. Wer es nicht schafft, kriegt ein Bloodout. Richtig. Egal, was wir jetzt machen, es fällt auf Danny zurück. Ok. Also 1. Das war nicht meine Idee. Sobald die 3 ausgesprochen ist. Ja, aber zähl so, dass man's absehen kann. Wenn ich die 3 sage, dann sage ich die 3. Wenn die 3 fertig ausgesprochen ist, drücken. 1, 4. Gut, jetzt unterbricht mich nicht, wenn ich zählen möchte. 1, 2, 3. Und wieder reingeschissen. Na ja. Ja, ist gut genug. Es geht besser, Jungs, aber ist okay. Mach mal dieser eine andere das Liebchen an, wo er es angemacht hat beim Reinfahren. Wer war das? Wer hat das... Stimmt das? Wird ich nicht eingeschossen. Zitzel der Verbannst application. Ja. Das lieb. Ok, es geht eine Hüfte. Tanze, die will. Ich will dich nicht mehr beheben. Meine Noten will, die Musik im Alltag. Ich will euch nicht mehr machen. Ich will dich nicht mehr machen. Ich will dich nicht mehr machen. Ich bin nicht mehr auf, du Arsch. Du stehst noch gut in der Reihe. Bei mir steh ich hinter der Reihe. Ja. Wenn er sich noch gerade irgendwie. Wie ist das, was ich eigentlich für einen Dance machen muss? Nein. Ich hab mir das. 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 Genau das ist der Grund, warum ich Cannabis-Fan zu kenne. Ich hab mir das. Weil ich seh jetzt hier irgendwie 15 Bands. Ich seh gleich wie den Kassel. Das ist mein Mier! ich bin Wo komm ich denn? M7, ne? Das ist Dance Team, man. Dance Team! Sorry, Junge. Äh, zu schön. Zu schön. Ich glaube, ich möchte das Partikum auch. Ja. Ja. Ah, Tomi ist doch schon weit gekommen, bis es gekommen ist. Warum? Warum passiert das? Warum? Ja, warum? Ich wurde wartet, erst mal fünf Daddies. Die ganze Zeit mit 21 Daddies gefühlt hier. Nee, nee, ist noch eine große Reihe. Ja, okay, jetzt müssen wir welche da hin. Jetzt wissen wir es halt wirklich. Ja. Hallo, Geek. Wer kennst du denn deine Maske an? Jesus falsche Maske. Ich will die Klauze passen. Ja, ich glaube die Klauze passen. Aber ich möchte dich wieder mit einem in einem Best-Busch-Lieger. Ja, ich möchte die Klauze passen. Ja, ich möchte die Klauze passen. Ja. Ja, ich möchte die Klauze passen. Ja, ich möchte die Klauze passen. Ja, ich möchte die Klauze passen. Nein Denkst tausend. Benz, sieben. catast wir ehrlich sein, denn dass, wie alles wenn � bindet wird, Warum passiert das? Kann dir das einer erklären? Was? Vielleicht passiert das gar nicht und du brauchst einfach nur... Nein, weil wir... Nein! Und für eine coole Auslater, wenn das nie freitig ist, alle den O-Post mit. Ich weiß nicht, ob das hier im Lied geht. Ich weiß nicht, ob das hier im Lied geht. Ich weiß nicht, ob das hier im Lied geht. Ich weiß nicht, ob das hier im Lied geht. Ich weiß nicht, ob das hier im Lied geht. Ich weiß nicht, ob das hier im Lied geht. Ich weiß nicht, ob das hier im Lied geht.